Aber ich nehme die Frage mal mit zu einem Experten, dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. Willkommen und guten Abend bei Welt. Wer gilt denn nun als Ihm-Drängler, Herr Lauterbach? Wissen Sie mehr? Hallo, guten Abend. Nein, das ist noch nicht genau geregelt. Das wird noch zu bestimmen sein. Und das wird ja zum Schluss auch vom Deutschen Bundestag mit entschieden. Weil es ist ja eine sehr nennenswerte Strafe, die hier im Raum steht. Da muss klargestellt werden, dass das tatsächlich auch die Richtigen trifft. Was wir natürlich nicht wollen, und das ist ganz unbenommen, wir wollen nicht, dass Menschen sich hier vordrängen, die Privilegien haben. Zum Beispiel Lokalpolitiker oder Wirtschaftsgrößen. Wir haben derzeit das System so aufgebaut, dass wir tatsächlich keinen guten Überblick darüber haben, wer überhaupt geimpft wird und wer nicht. Und es gibt aber Hinweise darauf, zum Beispiel, dass die Quote derer, die geimpft werden, die einen Migrationshintergrund haben, sehr gering ist. Das ist also ein großes Problem. Diese Menschen kommen offenbar selten zur Impfung, werden auch nicht gut erreicht bis zum jetzigen Zeitpunkt, trotz der Einladung. Andere wiederum drängen sich selbst vor, wenn wir so vorgehen, dann haben wir nachher eine große Ungleichheit bei der Impfung, das natürlich nicht hinzunehmen. Aber ich muss trotzdem noch mal nachfragen, Herr Lauterbach, das Beispiel habe ich gerade gebracht, vielleicht haben Sie es auch gehört. Am Ende des Tages ist da noch so ein halbes Ampulchen da, was aber mit Praxisschluss und Schließung weggekippt werden müsste, weil es sich nicht bis morgen hält. Jetzt bekomme ich einen Anruf, Herr Klug, Sie könnten vorbeikommen. Bin ich dann ein Drängler? Es kommt aber an, wie der Anruf zustande gekommen ist. Wenn beispielsweise der Kollege Sie anruft, der weiß, dass Sie eigentlich gar keine Priorität hat, aber mit dem Sie befreundet sind, der sagt, komm jetzt schnell vorbei, ich gebe dir das, dann ist das eine andere Situation, als wenn jemand angerufen wird, wo es ein System gibt, ein belastbares System, wie es auch der Ethikrat vorgeschlagen hat, dass also die freien Impfdosen zum Beispiel zur Verfügung gestellt werden, indem man willkürlich Leute im Telefonbuch anruft und die bittet, vorbeizukommen, der Impfstoff stünde jetzt zur Verfügung. Somit es kommt eben sehr darauf an, wie der Anruf zustande gekommen ist, was dem Anruf vorhergegangen ist. Herr Lauterbach, zumindest in Amerika bald wieder ein weiterer Impfstoff verfügbar, und zwar von Johnson & Johnson. Wann wird er in Europa verfügbar sein? Gibt es da genaue Daten? Gibt es doch keine genauen Daten, aber es ist ein sehr guter Impfstoff, der so schnell wie möglich zugelassen werden muss. Und weil dem so ist, hoffe ich, dass die Europäische Zulassungsbehörde den also in den nächsten Wochen zulässt. Die Datenlage ist sehr gut für diesen Impfstoff, er hilft auch also relativ gut gegen alle bekannten Virusstämme. Von daher ist das ein sehr bedeutsamer Impfstoff, der mit einer Einmalimpfung verimpft werden kann, ein großer Vorteil für die Logistik. Und ich hoffe auf eine sehr schnelle Zulassung in den nächsten Wochen. Aber Herr Lauterbach, wenn das so ist, warum impft Amerika schon, während in Europa noch immer geprüft wird? Also damit meine ich den Unterschied zwischen Schnellzulassung und dem Verfahren, das in Europa favorisiert wird. Das Verfahren in Europa ist ja ein anderes. Da wird eben die Schnellzulassung nicht gemacht, sondern da wird regulär zugelassen. Das hat dann den Vorteil, dass also wenn es zu Impfschäden kommt, die ja sehr selten sind, die wir eigentlich gar nicht beobachten, dann der Hersteller in die Haftung geht und also nicht der Staat. Aber tatsächlich ist es so, dass das europäische Verfahren hier relativ langsam ist. Und das sollte aus meiner Sicht auch überdacht werden, ob wir bei diesem Verfahren bei Neuzulassungen bleiben. Denn wir werden ja tatsächlich hier auch Nachzulassungen auch für die Booster-Impfungen benötigen. Mir persönlich ist das Verfahren auch zu langsam. Das gebe ich ehrlicherweise zu. Ich glaube nicht, dass die Prüfung in Europa gründlicher ist als die Prüfung in den Vereinigten Staaten. Und somit ist das begründungsbedürftig. Daran muss gearbeitet werden. Es gibt keine Vorteile von der langsameren Prüfung. Jetzt gibt es in Deutschland erste Öffnungsversuche, Schulen und Kitas. Wie lange geben Sie diesem, ich nenne es mal, Versuch mit Blick darauf, dass die Virusmutationen sich ja sehr, sehr viel schneller ausbreiten? Ich persönlich glaube, dass die dritte Welle schon begonnen hat. Die wird langsam größer werden. Das ist keine Welle, die sofort sehr groß sein wird, sondern die Virusmutationen, die breiten sich aus. Was wir sehen, dass bei den über 80-Jährigen zum Glück die Infektionszahlen also leicht sinken sogar. Und auch die Todesfälle, allerdings bei allen anderen Altersgruppen steigen sie. Das heißt, wir sehen hier den Impf-Effekt. Das ist die gute Nachricht. Wir sehen aber gleichzeitig auch den Effekt der Varianten. Und daher werden wir in ein paar Wochen das folgende Problem sehen. Die Pandemie wird sich zunehmend verlagern, weg aus den über 80-Jährigen, weg aus den Pflegeeinrichtungen, zu den 50-, 55- bis 75-Jährigen. Und dort wird es sehr viele Infektionen mit schwerem Verlauf geben bei denjenigen, die Risikofaktoren haben, wie zum Beispiel Übergewicht, Diabetes oder andere Erkrankungen. Dann gehe ich mal davon aus, dass Sie nicht unbedingt ein Fan davon sind, dass ab kommender Woche das ein oder andere Bundesland über weitere Öffnungen nicht nur nachdenkt, sondern die auch zulassen will. Das ist natürlich ein großes Risiko. Ich würde das für falsch halten. Denn wenn man in eine beginnende dritte Welle hinein öffnet, dann ist man hier noch zu früh dran. Wir werden die über 80-Jährigen erst in ungefähr fünf bis sechs Wochen komplett geimpft haben, also die Impfwilligen natürlich. Dann fangen wir erst mit den Risikogruppen an. Und wenn wir hier eine starke Zunahme der Fälle haben, in der Risikogruppe insbesondere der 55- bis 75-Jährigen, dann wird es auch sehr viele sehr schwere Verläufe geben. Die werden sich in der Statistik später zeigen, weil es eben lange dauert, bis so ein Mensch, denn die Altersgruppe ist sehr schwer erkrankt. Und auch die Intensivpflege dauert da lange. Aber zum Schluss habe ich dann auch tödliche Verläufe und viele Verläufe mit Restschäden. Also daher werde ich bei solchen Lockungen sehr zurückhalten. Das höre ich nicht mit Freude. Eine Frage noch zu den Schnell- und Selbsttests, die ja kommen werden. Können die tatsächlich das Infektionsgeschehen beeinflussen? Und wenn ja, wie? Die können das, also die Schnelltests können, das Infektionsgeschehen beeinflussen. Sie müssen aber schlau eingesetzt werden. Studien zeigen ganz klar, die ideale Nutzung wäre, wenn man die Schüler, die schon zur Schule gehen dürfen, und auch in die Betriebe, zweimal pro Woche systematisch testet. Also ein systematisches Testen, zweimal pro Woche bei einer Kohorte, die groß ist, das bringt am meisten. Wenn ich die Tests hingegen also mache, im Testzentrum oder beispielsweise einfach in der Drogerie, wenn die verkauft, bei jedem, der meinetwegen kleine Symptome hat, oder bei jedem, also wird dann eingesetzt, der also etwas vorhat, beispielsweise eine Party oder was auch immer, dann habe ich natürlich die Gefahr, dass ich damit sehr viele Ausbrüche nicht wirklich, also mehr registriere, weil die Gefahr ist dann die, dass diejenigen, die positiv testen, sich erstmal nicht in medizinische Versorgung bringen, dass das Gesundheitsamt gar nicht zum Teil kommt, dass vielleicht gar kein PCR gemacht wird, dass die Betroffenen erstmal versuchen, das alleine wegzubekommen, dass sie also versuchen, mit weiteren Schnelltests in den Griff zu bekommen, dass die Einsteckung vorbei geht. Das ist natürlich ein großes Risiko, das wollen wir nicht. Daher eine wirklich kluge Teststrategie mit Schwerpunkt, die Tests wirklich in die Schulen zu bringen, dass sie dort hingebracht werden und in die Betriebe, das wäre sehr viel sinnvoller. Karl Lauterbach, recht vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.